Da ist sie wieder, die eine bei der wir nervös werden, der wir nicht in die Augen schauen können, aber auch nicht loslassen können. Wir alle hätten es gerne, das Charisma der ganz großen Persönlichkeiten, der Frauenschwarm zu sein, der Frauenherzen höher schlagen lässt. Wie kannst du es auch schaffen, dass Frauen sich in dich verlieben, mit dir reden wollen, sich mit dir verabreden und mit dir schlafen wollen? Neben ein paar anderen Eigenschaften gibt es eine Sache, die alle attraktiven Männer miteinander vereint. Ein guter Augenkontakt. In diesem Video destilliere ich eine der wichtigsten Eigenschaften, die du als Mann haben solltest. Und dabei ist es tatsächlich egal, ob du schüchtern bist oder nicht. Mein Name ist Andy Friday und ich coache dich dazu, wie du Frauen verführst, tiefgründige Erfahrungen sammelst und so die eine Frau findest, die das Leben erst so wunderschön macht. Als allererstes will ich dir gratulieren. Du bist nicht allein und du würdest dich wundern, wie viele Frauen es gibt, die mit Männern ebenfalls extrem unsicher sind. Und so wie meine Teilnehmer und ich es kennen, kennst du es sicherlich auch. Diesen Druck in sozialen Situationen. Du kannst dich in so einer Situation vor dem, was dir Angst macht, verstecken oder du stehst dazu, dass du ein schüchterner Kerl bist, dass du anders bist oder dass dir andere Dinge einfach wichtiger sind. Und das ist okay. Aber wie kannst du zu dir stehen, wenn du wenig redest? Wie kann sie merken, dass du ein Mann mit Rückgrat bist, wenn du es nicht von dir behauptest? Und damit kommen wir wieder zum Augenkontakt. Wenn du in einem Gespräch bist oder auch nur dabei stehst, während sich andere unterhalten, tu nur diese eine Sache. Wenn jemand dir eine Frage stellt, dann schauen diejenigen an oder sie. Schau ihr direkt in die Augen und zähl bis fünf. Und dann lächle. Und danach, danach darfst du ihr antworten, wenn du willst oder auch nicht. Deine Antwort ist zunächst egal. Worauf Menschen wirklich achten, ist dein Augenkontakt. Also halte ihn und lächle dabei. Auch während du jetzt sprichst, verkneif es dir, wegzuschauen. Lass dir Zeit. Nimm dir den Raum und die Zeit, die du möchtest. Das ist kein Wettrennen. Je langsamer du es angehst, desto attraktiver wirst du. Pick dir ein Auge aus und schau einfach nur in dieses Auge hinein. Das macht den Unterschied zwischen dem Klassenclown und dem Mann, bei dem Frauen einfach merken, er hat was. Sollte es dir noch schwerfallen, hier in die Augen zu schauen, dann gibt es auch einen zweiten Trick. Schau hier einfach auf den kleinen Punkt, der genau zwischen ihren beiden Augen braun ist. Genau hierhin. Zur Verführung gehören immer zwei. Ich weiß, wir sind immer mit uns selber beschäftigt und glauben, alles liegt an uns. Aber wie schön ist es, wenn wir wissen, dass eine Frau uns mag. Gibt uns das nicht mehr Selbstvertrauen, den nächsten Schritt zu gehen? Hiermit geben wir ihr die Information, dass wir sie mögen. Auf eine völlig unabhängige und attraktive Art. Und damit fällt es ihr auch leichter, mal selber den nächsten Schritt zu gehen. Darum gibt es drei wichtige Regeln, die du als schüchterner Mann unbedingt wissen solltest, um dich frei und unabhängig in der Welt von Frauen zu bewegen. Und wie du so als schüchterner Mann Frauen verrückt nach dir machst, das bekommst du in diesem Video.